Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen! Wir seien wieder live und heute ist ein nagelneues Format. Schwerzler sucht den Champion. Schwerzler sucht den Ein und Alles, sucht diese eine Person. Die eine Person, die die geilste Person auf der Welt ist. Jetzt freut mich sehr, in der linken oberen Ecke den lieben Tom zu begrüßen und in der rechten oberen Ecke unseren lieben Herrn Alpha. Was ist Schwerzler sucht den Champion? Schwerzler sucht den Champion geht heute in die allererste Runde. Was ist Schwerzler sucht den Champion? Und zwar, hier, diese Leute, die hier sitzen, das ist eure Jury. Und das Ganze funktioniert so, dass ihr da draußen, jeder Einzelne da draußen, der irgendein Talent hat, der Tom fängt jetzt schon an und zwar eine Dose auf X. Jawohl, Alpha, Alpha, die sei eine Dose auf X. Nee, warte, ich kann gleich eine Wasserflasche holen, die kann ich auf X trinken. Genau, also wenn jemand vor euch irgendein Talent hat, das heißt, keine Ahnung, eine Dose auf X in einer Sekunde oder, keine Ahnung, 10 Buttalflips hintereinander oder du kannst gut singen oder gut Raden fahren. Du kannst irgendwas voll geil und das willst du uns vortragen und du willst der nächste Schwerzler Champion werden. Dann komm jetzt in den Discord-Server, den müssen wir jetzt noch freigeben. Dann kannst du in den Discord-Server kommen, kommst zu uns mit rein in diese Gruppe und stellst uns dein Talent vor. Und wenn du gut genug bist, kommst du in die nächste Runde. Ich freue mich. In diesem Sinne würde ich sagen, Tom, du hast noch eine Ergänzung. Genau, ich habe eine Frage und zwar beim Goldenen Helm. Kommen die Leute in die nächste Runde oder ins Finale? Weil wir machen ja nicht aus den 20 direkt das Finale, oder? Der mit dem Goldenen Helm kommt direkt ins Finale, ins Hauptfinale. Ja, genau. Dann hat jeder aber nur einen. Jeder hat einen Goldenen Helm. Wir starten mit der ersten Person. Ich bin gespannt. Ich bin ready. Ja, ich hole mal den rein, den ich kenne. Nein, let's go. Schwerzler Suchen Champion. Guten Abend, Philipp. Guten Tag. Hallo, Philipp. Was ist dein Talent? Mein Talent ist, ich weiß nicht, ob man das bringen kann, aber ich habe gerade drüben in meinem Zimmer geguckt und ich habe eine Wodka-Flasche gefunden. Da ist zwar schon ein bisschen raus, aber ich kann ja mal probieren. Na scheiße, Alter. Das fällt Ihnen ja schon gut, dann. Ich mache da jetzt einen Vorschlag, Philipp. Wie kann ich denn die Kamera machen? Ja, perfekt, da sehen wir uns. Komm, wir kennen uns ja schon, ja? Ich weiß ja, wer ich bin. Zeig einmal die Wodka-Flasche her. Das ist Karneval-Wodka. 0,5 Liter. Alter, wo steht das? Alter, das geht komplett in die falsche Richtung. Der Typ will, der erste Kandidat will eine fucking Wodka-Flasche. Vor allen Dingen, die ist ja wirklich noch fast voll. Das ist ja noch ein halber Liter. Der Alpha mit Zettel und Stift sitzt ja da. Ich muss ja erstmal provisorisch jetzt eine Halterung bauen. Also wenn das irgendjemand sieht, der das nicht sehen will oder sollte, der soll die jetzt lieber ausschalten. Ich würde sagen, let the show beginn und Talent Nummer 1, let's go. Müssen wir dafür noch die Zeit stoppen oder sowas? Nein, nein. Müssen wir die Zeit stoppen. Hau auf, ich bin Scherzflasche, komm. Warte, zählt das, wenn ich dabei meine Nase zuhäte, weil sonst kotze ich auch? Ja, ja. Ja, ja, Mann. Hau auf, weg damit, komm. Nein, das müssen wir uns unterstützen, oder? Scheiße. Ja, ist schon gut gegangen. Lass mal gönnen. Boah, der hat so wieder... Alter, never. Alter, never. Alter, der hat da jetzt nicht im Leben fast eine ganze Flasche Wodka gegessen. Alter, dieser, der. Bist du sicher, dass der Wodka drin ist? Die war ja schon offen, da könnte auch Wasser sein. Die war ja ein bisschen voll. Sieht man, glaube ich. Scheiße, die waren dann, Alter. Ja, das fängt schon gut an. Okay, also, scheiße, scheiße, scheiße. Leidl, das ist kein Vorbild. Alkohol ist keine Lösung. Aber Leidl, wir machen jetzt die Abstimmung. Okay, danke fürs Dabeisein jetzt schon, aber jetzt. Lieber Tom, was ist deine Antwort? Ja oder nein? Kommt der... Kommt, wie heißt du? Wie heißt du? Okay, Philipp. Kommt der Philipp in die nächste Runde, ja oder nein? Ich würde ihm jetzt dafür ja theoretisch meinen goldenen Helm geben, aber ich weiß nicht, ob das nicht unfair ist, wegen ich kenne ihn und sowas. Deswegen gebe ich ihm einfach nur einen weiter. Weiter. Okay, Alpha. Goldenen Helm würde er ihm definitiv nicht geben, weil die Flasche nicht ganz leer ist. Genau. Aber ja, auf die dumme Idee muss man ja mal kommen. Ey, ganz ehrlich, er gibt sich hier die Kante, das kannst du erst recht nicht ablehnen, Alpha. Okay. Philipp, Philipp, dreimal ja, danke fürs Dabeisein. Wir sehen uns in der nächsten Runde. Guten Abend, Linus K. Hallo. Hallo. Was ist dein Talent? Ähm, ich bin einmal im Winter über die Straße mit dem Bob geschanzt. Über die ganze Straße? Mit dem Schlitten. Mit dem Schlitten. Hast du da vorne ein Video, was du uns zeigen kannst? Weil sonst können wir das leider nicht als Talent machen. Ja. Sehr gut. Ey, ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber. Ey. Das sah tatsächlich ganz lustig aus, ja. Ich bin nicht ganz in die Landung gekommen. Schön gecased. Schön gecased. So, Ladies and Gentlemen. Meine Stimme geht an den Chat. Ja oder nein? Was meinst du? Nächste Runde? Ja oder nein? Okay, der Chat sagt, er kommt auch weiter. Ich will jetzt kein böser Mensch sein. Deshalb lass ihn auch weiter. Okay, genehmige ich auch. Und der Nächste. Hallo Albert, bitte einmal entnuten. Es ist abgepaust, oder? Albert. Hallo Albert. Guten Tag. Guten Musa. Albert. Was ist dein Talent? Mein Talent ist, dass ich mit meinen Ohren, mit beiden Ohren unterschiedlich wackeln kann. Sogar im Takt wackeln kann. Oh, das ist tatsächlich. Okay, okay. Das will ich jetzt aber sehen. Du kannst mit deinen Ohren im Takt wackeln. Ja, so ist gut. Bist du mehr? Ah. Ja, jetzt sehen wir auf jeden Fall schon mal beide zeitgleich. Ja, ja. Aber das Versetzte ist ja das Interessante. Das ist krass. Das ist ja wirklich versetzt. Alter, leck mich am Arsch. Also, Leute. Alter, ich spüre meine Ohren nicht mal. Ja, ich glaube generell, du merkst irgendwie nichts mehr, aber... Doch, ich hab voll verstanden über meine Ohren. Ich spüre meine Ohren nicht mal. Wurscht. Auf jeden Fall, von mir gibt's ein Ja. Ich find's geil. Ah, hallo Fabio GK. Klaas. Woher kommst du? Äh, ich da reicht an. Ein Video von mir zeigen. Ja, aber woher kommst du erstmal? Äh, Bayern. Bayern? Wie alt bist du? Wie alt bist du? 13. 13. Super. Zeig das Video, ich bin gespannt. Das Jersey macht mich wahnsinnig. Ja, warum ist das kein kleiner Jersey? Ja eben, ne? Krasse Kameraführungen, ne? Ich wollte gerade schon sagen, nichts gegen deinen Kameramann, aber der wird hier schon mal nicht weiterkommen. Weil er von dem Diesel-Fahn fertig ist. Futsch und Whip. Yes. Also ihr habt ihn aufgesehen, wie schaut es bei euch aus? Ja, ist eh vorbei. Okay, danke, reicht. Ist eh schon vorbei. Yo, ähm, von mir muss ich ganz, ganz ehrlich sagen, von mir gibt's einen Daumen nach oben und zwar wegen so einem ganz klaren Punkt, weil ich Radfahren unterstütze und weil ich das mega geil finde, wenn junge Leute Videos machen wollen und sich da Mühe geben, einen Filmer zu organisieren, einen Cutter zu organisieren, sich Gedanken über eine Story zu machen, Gedanken darüber zu machen, was so Tricks ich machen könnte und das Ganze machen. Fahrtechnisch, logisch, könnte es besser sein, aber er ist auch noch sehr, sehr jung, beziehungsweise du bist sehr, sehr jung, du bist ja noch im Ding. Food Jam Whip, nicht schlecht, also das heißt, weiter Gas geben, ich finde es mega geil, was du machst, weiter Gas geben und das soll eine Inspiration sein für alle, der da draußen. Wenn ihr coole Radvideos habt, dann könntest du die auch da reinbringen, weil wir suchen ja das Beste, den Champion und der Champion kann oder sollte sogar ein Radfahrer sein. Also von dem her, von mir gibt's ein ganz klares Go für Fahrradfahren. Ich würde sagen, wir warten nicht länger und, ja. Sollen wir Alpha Genie reinholen? Soweit ich mich erinnere, war das einer deiner Cutterbewerber. Alpha Genie ist, ah ja, ja, fix, ja, den holen wir, den holen wir rein, den holen wir rein, Friends, wunderschönen guten Tag, einen wunderschönen guten Abend. Ja, das ist einfacher für mich, dann kann ich das über OBS laufen lassen. Okay, ja, wir können dich sehen. Herrgelech, ha ha, schau mal, wer da ist. Was geht? Was hältst du denn noch? Ja, ja, ja. Mr. Meme-Page auf YouTube und so. Ja, Mr. Meme, Alter. Der hat das Setup am Start, ha? Ein totales Setup am Start. Alter. Egal. Er hat keinen Plan. Da gibt's jetzt gleich mal Stress zwischen Alpha und Alpha. Wer ist der wirkliche Alpha? Na, unglaublich. Das bin 100% ich. Also zu 100%. Da kann mir keiner auserzählen. Alpha Genie ist, ich hab eine Frage an dich, Alpha. Ja, 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 ja. Warum hast du so ein krankes Setup? Zockst du voll viel oder streamst du voll viel? Ich streame, ja. Alright, damit der leise ist. Passt auf. Jetzt hier. Achte. Okay, ich habe hier Karten. Und ihr sagt's jetzt an irgendeiner... Okay, einer von euch, weil sonst haben wir gleich ein Problem, dass alle drei Stopp sagen. Ihr sagt's an irgendeiner Stelle Stopp, okay? Ich sag Stopp. Ja, lass das Elias machen. Okay. Du sagst Stopp, okay. Stopp. Perfekt. An der Stelle, ja? Hier. Ja. Dann guckt jetzt, dass ich weg gucke. Ich zeig euch die Karte, okay? Ja. Guckt ihr das? Ja. Dann tun wir die wieder mittig rein. Dann machen wir jetzt fünf Stapel, okay? Damit ihr aussuchen könnt, wie wir die Karten durcheinander bringen. Das heißt, ihr wählt jetzt einen von den Stapeln aus. Eins, zwei, drei, vier, fünf, okay? Sagt seine Zahl. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei... Nee, das ist ja langweilig. Dann wären sie ja in der Reihenfolge, wie ich sie da hingelegt habe. Ihr sollt die ja durcheinander bringen. Aber ich will das ja so. Vier. Nein, ich will eins, zwei, drei, vier, fünf. Ernsthaft? Ja, irgendwie. Also es ist kein Problem, so. Das ist mir egal. Das ist nur am Ende eventuell dann für euch langweilig. Ja, na, na, alles gut. Dann heben wir jetzt einmal ab. Dann mischen wir das Ganze nochmal durch. Und dann müsst ihr noch eine Entscheidung treffen. Wir machen jetzt aus diesem Stapel zwei. Eins und zwei. Welchen sollen wir machen? Eins oder zwei? Drei. Einmal klemmt in den Chat dafür. Danke. Eins oder zwei? Eins. Eins, okay. Sieht man das noch hier? Dass ich da nicht dran bin? Okay. Das Ziel der ganzen Aktion ist, dass jetzt eure Karte hier in dem Stapel unter die ersten fünf Karten wandert, okay? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ganz wichtig ist jetzt, dass ihr mir sagt, ob eure Karte dabei war, nicht welches die war. Okay? Und ich zeige euch die jetzt. War eure Karte dabei? Ja. Ja. Gut. Dann brauchen wir den Teil auch nicht mehr. Und haben jetzt hier noch die eins, zwei, drei, vier, fünf Karten. Richtig? Ja. Damit machen wir folgendes. Ich nehme jetzt eine Karte davon. Diese hier. Dann passiert nämlich folgendes. Wir haben eins, zwei, drei, vier Karten da. Uh. Das sind diese vier. Und es ist was Schönes passiert. Nämlich, wenn wir die jetzt einmal beiseite legen und den Stapel hier nehmen. Dann ist hier drin eine Karte verkehrt rum. Seht ihr das? Wie geil wäre das denn, wenn das eure wäre? Okay. Ich bin raus. Na, gewaltig. Okay. Fake. Das war cool. Fake. Das war cool. Ja, er kommt weiter, oder? Ja. Lass mal weiter in Fake Alpha. Ja, wobei. Komm. Einfach nur, um unseren Alpha einmal zu triggern. Hier. Direkt ins Finale. Das gröner Helm. Nein, nein. Na, er hat der Tom jetzt wirklich. Na, er hat der, na, er hat der nicht, oder? Goldener Helm. Ladies and gentlemen, goldener fucking Helm. Nicht schlecht. Goldener Helm. Dankeschön. Hey, Alter, Alpha. Schaut rein. Viel Spaß beim Schneiden, du, gell. Danke. Tschüss. Fake Alpha. Schnauze da.